herzlichen willkommen zum nächsten spiel der german legends lona matthäus franz beckenbauer und helmut rahn sind wieder mit von der partie und los geht es euch habe ich gerade wunder wir spielen ja im 451 ich bin links felix rechts hendrik mitte wir haben fünf punkte brauchen acht um die liga zu halten haben fünf spiele noch und brauchen daraus halt entweder ein sieg um die liga sieben noch zu halten das kann doch mal pfeifen schiri ist halt echt so das hat er schießt und auf jeden fall brauchen wir drei siege um aufzusteigen und das aus fünf spielen in der liga mit der bisherigen bilanz brauchen ein sieg um aufzusteigen drei punkte um zu halten um aufzusteigen brauchen wir drei siege drei siege okay ja erstmal müssen wir halten hier liga sieben ist ja immer so ne cpu pech äh kennen wir die nicht? nicht unser üblichstes pflaster ja alles easy der lag nur noch äh gg da hab ich vielleicht meinen füßchen mal kurz gegen den des gegners gestupst Habe ich gerade auf Ballbesitz gespielt? Ja. Und defensive? Jawoll. Machen wir. Wobei ich mache mal ausgeglichen. Wir haben ja eigentlich... Wir spielen die kompakte Variante, oder? Mhm. Ja, dann geht er schon fit. Ne, ne, ne mein Lieber. Felix! Über außen. Oh, gut. Ich bin der andere. Ich komme auch mit. Ich komme auch mit. Ja! Sowas von. Wer will? Kann wer? Ich würde. Ja, was soll das sonst geben? Weh, ich treffe den nicht, oder? Oder soll ich? Wenn du kannst. Ja. Ja! Das war aber ganz schön knapp, du. Aber der Helmut. Helmut, Helmut, ey. Heller, alte Schlünze. Und auf diesem Niveau nicht sehr verletzt. Schönes Ding. Geh, Felix. Und Hendrik. Ne, 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 ruhig. Bevor ich den wieder verliere. Ich stehe auch noch ruhig. Schön. Jetzt in die Mitte. Die Flanke. Helmut, der Zweite! No! Der Zweite in der heutigen Aufnahme... Der Dritte in der heutigen Aufnahme-Session, der von dir gegen den Pfosten landet. Da kann man doch echt nichts machen. Und die Gegner köpfen ihn so einfach rein. Die sitzen immer genau. Und wir ziehen zu genau. Wir treffen die einfach den Pfosten. Unser... Naja, wir fühlen zu. Wir müssen auf die zwei aufpassen. Die spielen alleine mit KI. Zwei im Sturm alleine mit KI? Okay. Ja, haben wir auf jeden Fall schon mal einen Elfer kassiert. Weiter! Ibrahimovic. Oh, sorry. Das tut mir leid. Das war nicht geplant. Hab ich. Geht direkt weiter. Schneller Einwurf. Na gut. Ich hätte mich auch mega aufgeregt. Ich hätte mich auch mega aufgeregt. Hätte die KI den verursacht. Für uns. Den spielt er gut. Oh, oh! Nimm ihn an! Schade. Hätte ich vielleicht flach versuchen sollen. Ja. Wenn er dann durchkommt, dann hast du eine geile Chance. Aber... Ich geh. Oh! Oh! Könnte der Gegner angreifen. Oh, wenn der... Passend, da ist er. Da ist er. Da ist er sehr frei. Die zieht rüber, die CPU. Knick ihn nicht. Hm. Ja. Der Haken ist zu einfach und der Torwart schmeißt sich. Es gibt Momente, da kommt er entgegen und fängt den. Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt. Hm. Der hat nicht mal irgendwie Schuss angetäuscht. Der ist nur in die Mitte gerannt. Und dann war es das. Es steht eins zu eins. Ach Leute. Wenn er nicht spielen würde, dann sagt das mir. Alter, die mobben mich. Wie oft ich jetzt angefordert habe. Wahrscheinlich, wenn sie sich dann wegdrehen und ich gedeckt werde, dann kriege ich eine wieder. Lass den gehen, lass den gehen. Ah. Ja. 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 Ja, durch. Außen, außen, kommt er. Schick ihn. Wo denn? Jetzt schieß. Die ist einfach. Oh. Die CPU war links außen. Ja. Ja. Mich mit mehr Radar spielen. Haben wir. Spin. Bitte. Ah, den blockt er. Der kommt. Helmut. Ran. Sogar Abstoß. Oh, das ist unglücklich. Ja, der war gut. Hendrik, du machst das echt gut. Aber es ist Pech. Toll. Davor kann er sich auch nichts kaufen. Elf Meter. Elf Meter. Ach, warum wirft der denn? Jetzt. Flanke. Wenn ich den Krieg gehen sollte. Oh, was? Der geht vorne. Naja, spiele ruhig hin, mein Lieber. Spiele ruhig hin, mein Lieber. Oh, was? Mann, ich krieg die nicht. Ich hab Zweikampf und alles gelevelt. Jetzt. Wie wärs? Weiter. Nochmal. 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 Nein, der kam nicht gut. Bleibt da. Bleibt da. Elfmeterpunkt. Felix weiter. Der blockt nicht. Jetzt kommt er. Wilmut. Ah. Das war bei weitem nicht Elfmeterpunkt, aber. Ja, der war ein bisschen zu weit. Schön. Weiter rüber. Oh, Mann. Da wollte ich grad. Da macht der noch den. Unglücklich. Punkt dazwischen. Oh. Helfer. Lass mich facken. Einmal ablegen. Oh, fordert da nicht an, wenn ihr da nicht steht. Da kommt der Schuss. Oh. Oh. Hendrik da eben nicht anfordern, bitte. Immer Punkt. Oder so. Ja, genau. Ich wurde geblockt. CPU. Nochmal. Ecke. Ja. Hendrik hat heute so gute Kopfbille rausgeholt. Ich will auch mal Glück haben. Der Rudi hat die mal reingemacht. Ja. Jawoll. Oh, nein. Ich dachte, der wäre nicht drin gewesen. Ich hab mich schon gemundet. Weil der... Es kam immer ein Außennetz. Ja, ja. Das Netzgeräusch. Oh. Der war am Außennetz. Der war auch echt knapp. Gut geköpft aufs kurze Eck. Haben wir. Der rückt nicht raus. Ja, jetzt spielen sie sich gleich durch. Im richtigen Moment. Da nämlich. Vorne. Jetzt. Oh. Engelisch. Aber wir haben ihn. Das hat die CPU gemerkt, ey. Stehlinie. Oh. Äh. Lass sie machen. Lass sie machen. Lass sie machen. Lass sie machen. Ja, ja, ja. Abseits. Ich war auf so einen Absatz und komm. Nicer. Abseits. Ach, Mist. Hier vorne links. Schön. Ja? Nein. Ja, hat der... Oha, wohin? Schöne Vorlage. Ja, hat der gepasst. Hat der noch gekriegt. Pfeif. Jawoll. Nein. Acht Schüsse, zwei Stor. Da war alles Wachen. Ist so. Dann müssen wir für uns entscheiden. Machen wir auch noch. Aber wir haben echt wenig Glück. Ich weiß noch. Ich glaube, Folge 8 bis 13 hat Rudi alle eingenickt. Ja. Aber... Rudi! Das scheint ja nicht mehr so hundertprozentig zu klappen. Ich meine, das wäre auch doof, wenn das wirklich jedes Mal klappt. Also, Flanke Kopfball, wenn er zum Kopfball kommt... Dann... Na ja. Sollte das eigentlich klappen. Die zweite Hälfte läuft. So, komm. Sehr gut aufgepasst. Ohohohoho. Er spielt nicht mal außen, sondern den hohen. Und das ist die CPU. Sense. Der steht auf meilenweit im Absatz. Wo ist der Sensen, Mann? Felix. Soll ich mal auf rechts? Ohohoho. Sehr gut. Die anderen dauert aber zu lange. Das ist kacke. Die anderen nehmen sich dir dann immer so gut mit. Hast du das jetzt nicht sogar gelagert? Schönen guten Tag. Wir nehmen gerade noch auf. Das ist ungünstig, oder? Ja, aber gleich. Aber ist gar nicht so wild. Wir sind in der 50. Minute. Ja, nicht auf Storage vollgezogen. Nein! Nein! Ja! Nicht schlecht, Digga. 46k inbound, Alter. Nicht schlecht. Rick? Ich hab ne Inbound gezogen. Auf der PS4 kostet das immer noch ein bisschen mehr. Ja, das stimmt. Felix, auch in die Mitte. Oh, da kommt der Haken, da kommt die Flanke. Da kommt der Verteidiger. Ah, die Sense. Hau zu. Jawoll. Wie steht's bei euch? 1-1. 1-1. Aber wir haben mega das Unglück heute. Also es ist einfach alles richtig älgerlich. Da kommt noch mal ein bisschen The Journey weiter hier. Geil. Oh, ne. Okay, da steht noch wer. Hat der... Gegen. Außen? Irgendwas? Ah, du wolltest das richtig. Hättest du noch CPU außen mitnehmen können oder früher oder was auch immer, aber da war ich... ...nicht frei. Aus. Ich verstehe nicht mehr. Ich verstehe nicht mehr. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei, sagt er. Unentschieden? Ja, okay, haben wir immerhin einen Punkt. Die drei hätte ich schon gerne. Oh, Felix. Jaaa. Springt wieder nicht zu uns. Jetzt. Schweinsteiger. Ey, diese Annahme. Guck mal wie lahm. Ich geh. Oh nein. Ich hab's abgelegt. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt. Und die Chance ist vorbei. Hammer. Abwehr hat aufgepasst. Schön. Hey. Ey, Paul. Jawohl. Er muss sich zurückhalten. Er hat schon gelb gesehen. Er muss sich zurückhalten. Er hat schon gelb gesehen. Bei mir hat er schon gelb-rot, Alter. Ja. Mit dem Ball am Boost Richtung gegnerisches Tor. Okay. Ja. Immerhin. Komm. Der Rahn köpft jetzt einen rein. Lohr. Muss auch wieder langsam. Guck mal wie die alle reingegangen sind. Der Torwart hält die wieder fest. Ja. Und pass auf unsere. Mal ablegen. Warte. Och, schade. Ähm. Und unserer springt wieder drunter durch. Letzte Folge bester Beweis. Flanke. Weckene Mitte. Ja. Unser. Gelieb in die Flanken. Mitte. Oh, wie lange der braucht. Die Gelegenheit. Gut gemacht vor Abwehrspieler. Der eigene weggenommen. Nochmal. Wir erkennen alles wirklich sehr ausgeglichen. Schweinsteiger. Flanke kommt. Wird das nicht schon? Wir sind abgerissen. Abseits. Ja, aber da habe ich den Haken geschlagen. War halt so. Ja, ja, ja. Ja, Hendrik. Schade. Warte. Oh, guck mal. Die verkangen auch die anderen mal. Behalten die, ne? Klasse Technik. Ja. Grundsache, ne? Höh. 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 Ja, Felix. Nein. Nein. Hätte ich anders anfallen müssen. Ja, jetzt pass. Wird das deine Torchance? Komm, raus jetzt. Ja. Diese Pässe kommen auch ungenau von den Bots. Das verstehe ich überhaupt nicht. Kommt lang. Schön. Schweinsteiger. Ja. Nochmal ablegen. Boah. Diese Annahme. Haben wir. Sauber. Lächerlich. Jo. Und mich muss er wieder umbumsten, oder was? Und verletzt. Elfer Punkt. Warum geht die CPU dahin? Oh mein Gott. Okay, aus. Ich glaub, ich wär frei gewesen und wär nicht im Absatz. Das wär voll der gute Zufall gewesen. Linie. Nein. Boah. Ey. Und dann foult der nicht noch. Dann hält ihn locker noch mal. Aha, zu spät. Ärgerlich. Letzten 10 Minuten laufen. Hauptsache in die Neuen reinkriegen. Den Punkt nehmen wir mit. Ja, Hendrik. Ja. Hier. Was? Ich hör immer nur Warte. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Oh, jetzt seh ich erst, dass dieser Vogel von Tottenham auf nem Ball drauf sitzt. Ich will grad das Logo angucken auf so nem alten Fußball. Ja. Oh. Oh. Oh Gott. Schön. Nochmal. Danke. Und er hält ihn auch noch nicht, dass er irgendwie abgefälscht wird oder echo oder so. Oh oh. Komm. Das ist wieder unsere Zeit. Jetzt wird's gefährlich. Weg. Einfach weg. 88. Ich bin so kaputt. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte... Ah, der ist durch. Boah. Der hab ich schon dringend gesehen. Alter. Weg da, Felix. Okay. Er hat sich gezerrt und bleibt auf dem Rasen liegen. Er hat sich gezerrt und bleibt auf dem Rasen liegen. Ja, ja. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Mann. Der war wieder gebolzt. Ja, dann pfeif. Oh. Na, schade. Wenigstens den Punkt geholt. Machen wir noch eins? Ja. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis zum Klassenerhalt. Tschüss. 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 Vielen Dank.